Ich musste beim Reingehen schon aufs Klo. Da habe ich mit der Tochter von Frauke Ludwig auch gesprochen. Und der ging es genauso. Die meinte auch so, oh Gott, wir dürfen jetzt einfach zwei Stunden nicht aufs Klo. Und ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel. Das war einfach eine sehr, sehr lustige Sache eigentlich. Das war eine wunderbare Runde. Und DJ Ötzi war auch da. Geiler Typ, liebe Grüße. Richtig, richtig netter Kerl. Und er hat auch das Problem wie ich. Und sagte dann so, okay, ich habe aber mit irgendeinem Aufnahmeleiter oder so, habe ich ein Zeichen ausgemacht. Wenn ich auf Toilette muss, dann tippe ich mir so zweimal auf die Schulter. Und dann geht die Kamera ein bisschen weg von mir. Dann gehe ich kurz raus, pinkeln und komme dann wieder. Und das haben die einfach reingeschnitten. Es gibt einfach die Szene, wie DJ Ötzi sich so auf die Schulter tippt in der Sendung. Und das fand ich so herrlich, weil dem Regisseur das, glaube ich, einfach nicht gesagt. Und dann sitzt du plötzlich so close auf DJ Ötzi wieder so, sich auf die Schulter tippt. Einfach so random. Fand ich sehr gut. Und ich habe es dann mit einem Drei-Punkte-Plan probiert, um ihn umzustimmen. Ja, erst mal habe ich es mit nett sein versucht. Das hat gar nicht geklappt. Dann habe ich es mit gutem Essen probiert. Das hat auch nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Vielen Dank.